Neue Solidarität ist die Überschrift und wir haben einen Untertitel uns ausgedacht, junge, neue Generation, die Brücke, einander zuhören und einander respektieren. Also unser Thema wird heute sein, wie die Generationen miteinander kommunizieren, agieren und natürlich voneinander profitieren im gesamten sozialen Umfeld. Das Thema der Stunde ist Generationensolidarität und ich betone das deshalb, weil es ein paar Bescheuerte gibt, die einen Generationenstreit herbeireden oder herbeischreiben wollen. In einer Zeit, wo wir vor einer der heftigsten ökonomischen, weltweiten Krisen stehen, müssen wir zusammenrücken, zusammenhalten und Solidarität üben. Über Generationsgrenzen hinweg, die Jungen sind für die Alten da, die zahlen die Beiträge ihrer Pensionen. Die Alten haben für die Jungen da zu sein, in jeder der vielen Rollen, die ihnen hier zugeteilt werden. Nicht nur in der materiellen Unterstützung, in der Entlastung der Haushalte der Jungen, deren Kinder man betreut, sondern auch in einem verstärkten Maß durch eine freiwillige Arbeit in unseren gesellschaftlichen Organisationen. Wie der Präsident Blecher das jetzt dargestellt hat, Reinhard Rohr, ich selber komme aus dem ländlichen Bereich. Ist das jetzt eine aufgesetzte Partie? Wäre das nicht selbstverständlich, dass das alles so ist, das Verhältnis junger und alter Generation? Ich denke aber, wie es Charlie Blecher auch schon gesagt hat, natürlich ist es so, in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind die Sorgen der Jungen auch die Sorgen der Alten. Denn die Alten, die schon in Pension befindlich sind, machen sich heute Sorgen um den Job ihrer Kinder, Sorgen um den Job ihrer Urenkel, Sorgen um die Ausbildungsmöglichkeiten ihrer Urenkel. Und da denke ich, ist einfach Solidarität entsprechend gefordert. Und da ist sozusagen auch gegenseitiges Aufeinanderzugehen und nicht auseinanderdividieren lassen in jedem Fall das Gebot der Stunde. Wobei, ich sage einmal so, die klassische Rolle der Familie, wo die alte Generation auf die Junge aufgepasst hat, der Familienverband im klassischen Sinn sich immer mehr auflöst, weil einfach die Gesellschaft sich grundlegend verändert hat. Durch die Berufstätigkeit auch teilweise der Ehepartner, durch die problematische Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist es ja heute so, dass wir einfach zur Kenntnis nehmen müssen, dass immer weniger Kinder auch zur Welt kommen. Und daher ist es vielleicht ganz wichtig, darüber nachzudenken, welche neuen Modelle können wir entwickeln, wo man jung und alt miteinander in ganz neuen Formen auch im Zusammenleben fördern kann, die den heutigen Anforderungen der Gesellschaft entsprechen.